Part 2 von meinem Slytherin-Make-up. Ich hab so Bock, ich liebe Slytherin. Auch wenn ich Gryffindor bin. Whatever, okay. Wie ihr sehen könnt, ist meine Base done. Jetzt kommt Eyeshadow. Ehrlich gesagt, ein bisschen Angst vor Eyeshadow, weil... Grün, uff. Angst. Wird. Das da krieg ich nicht weg. Ich überlege mir irgendwas. Vielleicht lasse ich es auch einfach so und bearbeite es für das Bild dann. Jetzt kommt aber das, was es eigentlich ausmacht, das ganze Make-up. Eyeliner. Ihr glaubt mir nicht, wie krank Angst ich habe, das zu verkacken. Zusammen sieht es noch etwas aus. Boah, dieser Eyeliner ist so lang. Mit Lashes sieht es gleich noch geiler aus. Wartet nur. Aber ich mache hier noch etwas. Ich zeig's euch gleich. Sieht aus wie Dreck. Ich wollte eigentlich so ein Schlangenprint hier machen. Das gibt mir irgendwie eine gewisse Form. Wobei ich das trotzdem noch ein bisschen mehr verblende, glaube ich. Jetzt nur noch Lippen. Ich hatte noch nie schwarzen Lippenstift drauf. Ich fühle mich gerade so mächtig. Also das ist der fertige Look. Und ich hab dazu auch ein Bild gepostet. Ich würd mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.